Was geht ab Leute? Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In dem heutigen Video zeige ich euch meine latest Pickups. Ich habe mir ein paar Sachen gekauft. Wir gehen die einfach mal durch. Vielleicht ist das eine oder andere Piece für euch dabei. Los geht's. So Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe mir ein paar Sachen gekauft. Meiste habe ich im Sale zugeschlagen. Dementsprechend denke ich, vielleicht der eine oder andere kann damit was anfangen. Und ich stelle euch die Sachen einfach mal vor, was ich daran gut finde, wie die Sachen sitzen etc. Und wo ich das her habe. Fangen wir an mit den ersten Pieces. Und zwar habe ich bei PacSun, nennt sich die Seite, Feel of God Essentials mir zwei, drei Sachen geholt. Das sind die zwei T-Shirts, die ich mir gekauft habe. Das eine ist in so einem verwaschten Schwarz mit dem Logo vorne drauf. Essentials, Feel of God. Hinten hat das so ein Blumenprint drauf. Sitzt extrem gut, so ein bisschen boxy fit. Ich trage Größe S, das sitzt mindestens wie Größe L bei einem normalen T-Shirt. Also ich bin mega happy damit, so ein bisschen mehr streetig. Ich bin ehrlich gesagt nicht so der Fan nur von einem Stil. Dementsprechend ist bei mir alles querbeet dabei. Finde ich sehr, sehr cool. Und ja, auf jeden Fall ein cooles Piece. Muss ich dazu sagen, ist leider schon ausverkauft. Ihr kriegt die Sachen nur noch im Resellermarkt. StockX zum Beispiel, Kleiderkreise, Ebay etc. Diese ganzen Märkte oder Facebook-Gruppen gibt es ja spezielle Facebook-Gruppen, wo die Leute solche Sachen auch anbieten. Fear of God Gruppen oder was weiß ich. Da kriegt ihr das auf jeden Fall. Noch. Ansonsten, es gab vor kurzem noch einen Restock, der war aber auch direkt wieder ausverkauft. Also ich empfehle euch, wenn ihr euch für solche Sachen interessiert, Fear of God Essentials, sind mir persönlich nur zwei Seiten bekannt. Das ist Pexan und das ist Essence. Wobei auf Essence relativ begrenzt die ganze Sache angeboten wird. Deswegen, ja, eigentlich nur Pexan. Und da muss man immer sehr schnell sein. Also irgendwie irgendwelche Newsletter oder Fear of God Essentials vielleicht auf Instagram folgen. Da könnt ihr sowas immer relativ zeitnah mitbekommen. Sodass ihr sowas nicht verpasst, falls ihr darauf Bock habt. Das zweite T-Shirt ist vorne Uni gehalten. Also es steht gar nichts drauf, aber ihr habt halt hinten drauf, ist halt dementsprechend ein riesen Essentials drauf. Finde ich sehr, sehr nice. Auch wie gesagt von der Passform mal extrem cool. Und ja, haben glaube ich 40 Dollar gekostet. Dementsprechend bin ich happy damit, dass ich mir ein, zwei Sachen kaufen konnte. Ihr müsst dabei bedenken, wenn ihr was bekommt beim nächsten Release. Da kommt noch der Zoll drauf. Der Zoll wird aber automatisch in dem Programm mit eingerechnet. Dementsprechend, ja. Müsst ihr aber einfach davon ausgehen, dass ihr nochmal ein paar Euros mehr latzen müsst. Dementsprechend. Ja, mega nice. Und wir machen weiter. Die zweiten Sachen, die ich mir gekauft habe, sind Chinos. Und zwar habe ich mir die einmal in dunkelblau und einmal in schwarz gekauft. Sind beide identisch. Die sind von Uniqlo. Sitzen extrem cool, muss ich sagen. Also ich bin mega happy damit. Und das Coole an den Dingern ist, die haben so einen elastischen Bund hier oben. Finde ich extrem praktisch. Ja, macht das Ganze ein bisschen angenehmer zu tragen. Sagen wir mal, wenn man ein bisschen zunimmt oder ein bisschen abnimmt. Dementsprechend hat man da auch ein bisschen Flexibilität. Und dann hat man hier innen drin nochmal so eine Kordel. Da kann man das Ganze nochmal enger schnallen oder enger schnüren, sodass man keinen Gürtel braucht. Denn nicht immer ein Gürtel dazu passt. Dementsprechend finde ich das extrem nice. Sitzen und Material. Preis, Leistung, muss ich sagen. Meine, eine meiner Favorite Marken aktuell. Uniqlo auf jeden Fall. Ich habe gleich noch ein anderes Piece, was ich euch davon zeigen werde. Aber ja, auf jeden Fall sehr, sehr cool die Hose. Und ja, wie gesagt, gibt es in verschiedenen Farben. Ich habe die jetzt in blau und in schwarz. Dann machen wir weiter. Auch nochmal hier ein Piece von Fear of God Essentials. Auch das habe ich in dem letzten Drop gekauft. Und zwar ist das so ein Fleece-Stehkragen-Zipper-Pullover. Ich weiß jetzt nicht genau, auf jeden Fall ich würde es Fleece-Pullover nennen. Mit einem Reißverschluss hier. Finde ich extrem cool. Hat hier so ein Gummipatch drauf gemacht. Auch relativ schlicht gehalten. Hier unten kann man das enger schnüren, wenn man das möchte. Ich trage das Ganze aber relativ locker. Ist in dem Fall eine Größe M. Nicht S, sondern M. Sitzt extrem oversize. Aber ich bin mega happy damit. Kann man eigentlich ganz cool chillig anziehen. Und auf jeden Fall ein sehr cooler Pulli. Preis habe ich jetzt nicht mehr ganz im Kopf. Blende ich auf jeden Fall ein. Und dementsprechend, ja, den kriegt ihr zum Beispiel auch nur noch im Reseller-Bereich. Machen wir weiter mit dem Hoodie hier, den ich mir gekauft habe. Und zwar ist der von Army Paris. Extrem schwerer Hoodie. Extrem cool geschnitten, muss ich dazu geben. Allerdings hat das Ganze auch eine kleine Kehrseite. Die erkläre ich euch jetzt gleich. Ansonsten vom Fitting her, von den Materialien extrem gut. Ich würde sagen, eigentlich sogar im Moment der beste Hoodie, den ich habe. Also meinen, den ich habe. Ansonsten hat nichts Besonderes. Hat hier so diese messingfarbenen Akzente, wo die Kordel rauskommt. Und die Spitzen von den Kordeln. Hätte ich eigentlich lieber gerne ein Silber oder ein Schwarz. Aber ist in dem Fall jetzt in so ein Messingfarben. Und ansonsten hat er hier das Arm mit dem schwarzen Herz. Finde ich extrem cooles, kleines Detail. Und wie gesagt, der Fit ist extrem gut. Ich muss dazu sagen, ich habe auf den Hoodie hier einen Monat gewartet. Was extrem schlechter Service ist. Ich habe den vor Weihnachten bestellt. Und der kam falsch. Da fehlte das Arm mit dem Herz. Dann habe ich den Service kontaktiert, bis das Ganze dann zurückgeschickt wurde. Circa eine Woche vergangen. Dann haben die einfach drei Wochen lang auf sich warten lassen, bis die mir einen neuen geschickt haben. Die hatten mir irgendwie vor anderthalb Wochen nochmal, ja, das ist jetzt verschickt. Und dann hat sich in dem Lager einfach gar nichts getan. Und ich musste mehrfach da anrufen und Kontakt aufnehmen, bis sie dann endlich mal in die Pötte kam. Der kam gestern Abend. Ja, so und dementsprechend, ja, endlich habe ich ihn in der Hand. Aber ja, das hat so ein bisschen bitteren Beigeschmack. Wollte ich euch nur mal so als Feedback geben. Ich will das auch nicht über einen Kamm scheren. Also jeder hat da seine eigene Erfahrung. Die Erfahrung habe ich jetzt mit der Marke gemacht. Die sind eigentlich extrem cool, die Sachen. Und ich will das auch gar nicht verallgemeinern. Aber in dem Fall war das einfach ein bisschen, ja, Minus. Und naja, egal. Er ist jetzt da. Auf jeden Fall werde ich ihn auch behalten. Ich finde ihn cool. Das ist wieder die positive Seite. Und ja, war relativ teuer. Ich glaube, 250 Euro hat er gekostet. Aber ich glaube, den gibt es aktuell im Sale da. Und den gibt es noch in anderen Farben. Ja, auf jeden Fall ein cooler Hoodie. So, machen wir weiter mit den Jacken. Und bei den Jacken haben wir hier meiner Meinung nach das coolste, wie es von allen, weil es einfach Preis-Leistung unschlagbar ist. Und zwar ist das eine schlichte Down-Jacke. Auch die habe ich hier bei Uniqlo gekauft. Und zwar nennt die sich Ultra Light Down Jacket. Also Down-Jacke. Dementsprechend, die ist extrem leicht. Die ist so leicht, man kann die sogar in diese Tüte hier einzusammenknüllen und hier reintun. Und dementsprechend danach flüstert die sich wieder genauso auf, wie sie jetzt aussieht. Also ist eine extrem gute Jacke. Hat 69 Euro gekostet. Die gibt es, glaube ich, aktuell im Sale für 40 Euro. Und verschiedenen Farben. Ich trage jetzt hier Größe M. Wirklich eine dicke, dicke Empfehlung, falls ihr sowas sucht. Auch ohne Branding, etc. Passform, etc. Ist wirklich mega gut. Auf jeden Fall eine Empfehlung ausgesprochen. Könnt ihr auf jeden Fall mal abchecken. Wie gesagt, es gibt Blau, es gibt so ein Silber-Grau, dann gibt es so einen beige-goldenen Ton, dann gibt es einen rötlichen Ton. Müsst ihr auf jeden Fall mal reingucken, wenn ihr darauf Bock habt oder ihr sowas sucht. Auf jeden Fall eine dicke Empfehlung. Ich werde auch für keine von den Marken irgendwie bezahlt oder sonstiges. Das ist einfach nur eine Empfehlung und ein kleiner Hinweis, was ich mir gekauft habe. Vielleicht kann der eine oder andere da was mit anfangen oder sucht sowas ähnliches. Und ja, bis auf die Fear of God Essentials Sachen kriegt ihr auch alles mögliche aktuell im Sale. Ja, auf jeden Fall nice. Machen wir weiter mit der nächsten Jacke. Und die nächste Jacke ist ein Mantel. Und zwar habe ich mir den bei Sandro Paris bestellt. Da habe ich wirklich im Sale jetzt drauf gewartet, dass der in Sale kommt. Und ist ein Harntritt-Mustermantel. Ich zeige euch das Ganze mal ein bisschen von Nahem. Das Muster nennt sich Harntritt. Ist in dem Fall eine Größe M. Extrem hochwertig von der Qualität, extrem hochwertig von der Verarbeitung. Sitzt wirklich mega gut. Ich bin wirklich happy, dass ich mir den gekauft habe. Wie ihr seht, der hat kein richtiges Revers. Der hat nur so einen kurzen Kragen, wo die zwei, ich sag mal, der Kragen so ein bisschen nach links und rechts gelappt ist. Allerdings sehr, sehr nice. Hat so ein bisschen französischen Stil. Ein bisschen so, erinnert mich so an die, keine Ahnung, so 70er Jahre, 80er Jahre Paris. Wirklich sehr, sehr nice. Und da habe ich mich extrem darüber gefreut, weil das ein klassisches Piece ist. Also den kann man wirklich jahrelang tragen. Und ich bin mega happy damit, dass ich endlich so ein Harntritt-Mustermantel gefunden habe. Und ja, da werde ich auf jeden Fall noch jahrelang was von haben. Falls ihr auch so etwas sucht oder jetzt sagt, boah, ja nice. Den gibt es aktuell, wie gesagt, im Sale bei Saint-Ou-Paris. Ich meine, ich habe um die 250, 260 Euro bezahlt. Und dementsprechend ja, auf jeden Fall mega. Machen wir weiter. Und zwar habe ich mir noch ein paar Sneaker gekauft, beziehungsweise Schuhe. In dem Fall hier einfach den Converse Chuck & High All-Star. Ganz simpel, allerdings in dieser 70s Edition. Der sieht so ein bisschen auf, ja, auf so retro-mäßig aus. Relativ Standard. Hinten drin schwarzes Logo. Hinten drin hat er auch so schwarze Akzente. Ganz simpel gemacht. Ja, freue ich mich extrem, dass ich mir den Schuh nochmal gekauft habe, weil ich habe die von der Playcom-de-Gresson-Variante. Wo ich allerdings sagen muss, aktuell trage ich die nicht mehr so viel, beziehungsweise ich habe nicht immer Bock darauf, dass hier so ein Herzchen ist. Auch so ein bisschen simpler und ein bisschen schlichter, habe ich mir einfach gedacht, kaufe ich mir da nochmal. Chucks gehen halt immer, selbst wenn man die ein bisschen abträgt. Auf jeden Fall ein sehr, sehr cooler Schuh. Und ja, bin ich mega happy mit. Freue ich mich auf jeden Fall auch im Sommer, weil den kann man auf jeden Fall, wenn es jetzt nicht ganz zu kalt ist, das ganze Jahr tragen. Und Chuck aktuell, ja, auf jeden Fall sehr nice. Machen ja auch genug Marken. Ich sage mal, eigene Varianten, ob es jetzt Dior oder etc. sind. Chucks gehen immer, ne? So, und dann kommen wir schon zum letzten Piece. Und das letzte Piece habe ich nicht für mich gekauft, sondern das habe ich für euch gekauft. Und das ist jetzt hier auch ein Gewinnspiel. Das ist eine Jacke, und zwar ein gefüttertes Flannel. Hier von Mangoman. Sehr, sehr cool. Ist in der Größe M. Sitzt ein bisschen oversized. Das heißt, auf jeden Fall sehr nice. Und das könnt ihr jetzt ja auch gewinnen. Alles, was ihr machen müsstest, ist dem Kanal abonnieren. Ja, ist den Kanal auf jeden Fall abonnieren. Und Hashtag Gewinnspiel in die Kommentare. Und ja, vielleicht habt ihr den einen oder anderen Homie, den ihr meinem Kanal noch empfehlen könnt. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und ja, das soll es gewesen sein. So, Freunde, das war's. Vergesst auf jeden Fall nicht zu abonnieren, wie gesagt, und ein Like dazu lassen. Ich freue mich auf jeden Fall, euch beim nächsten Video wieder begrüßen zu können. Wir sehen uns. Peace. Ciao.